Und herzlich willkommen zurück zu XCOM Terra from the Deep. So, da haben wir alle bewegt, glaube ich, das letzte Mal. Gewürzefilet, sehr gut. Nachdem der jetzt wieder Zeiteinheiten hat, können wir den mal in Deckung bringen. Und ich würde jetzt gerne Plan B aktivieren. Ich vertraue jetzt mal dem Louis. Ich glaube, er ist der stabilste von den dreien hier. Wir brauchen nämlich da oben unbedingt Granaten. Ich hoffe, wir haben hier noch ein paar rumliegen. Werden wir in der nächsten Runde genauer auschecken. So, dann gebe ich mal ab. Igor von Lang dreht ab. Team FAO, ich schaue mal mit ihm da rein und dann laufe ich gar nicht weiter, weil er muss unbedingt mal Energie tanken. Okay, da ist ein Zivilist drin. Das heißt, da dürfte kein Alien sein. Sonst wäre der Zivilist schon längst Geschichte. So, Plexi, schau mal hier rein. Und ich denke mal, hier werden noch einige Bio-Drohnen rumfliegen. Das heißt, ich werde jedem, bei dem es geht, werde ich eine Sonarkanone geben. Das heißt, Plexi wird sich diese Sonarkanone schnappen dann mal. Später. Mit Igor kann man ja nichts machen. Luciana, schaut hier mal weiter. Okay, sauber. Dann mal die oberen Räume zuerst abklappern. Vom obersten Unterdeck. Okay, und wir dürften noch den LST hier irgendwo haben. Genau. Der schaut gleich mal hier rein. Auch hier ist sauber. Ich glaube, aber hier war der Raum mit den vielen Duschkabinen. Ja, da ist er nämlich. So, Abgabe. Muni noch immer in Panik. Filet auch. Aber unser Freund, Igor von Lang, ist wieder einsatzbereit. Jetzt hau diesen Mistsack bitte weg. Der hält das natürlich aus. Naja, gut. Dann geben wir dem Bürschchen noch eine Runde. So, bevor ich Plexi jetzt die Wumme da gebe, schaue ich mich zuerst in einem kleinen Kabuff da um. Okay, das ist auch sauber. Hier können wir also wieder raus. Alles sicher. Nun gut. Team, den stelle ich mal hier hin und dann lasse ich ihn noch ein bisschen rasten. Er braucht Energie. LST, jetzt schaut er mal hier rein. Genau, da waren die ganzen Duschen. Hoffentlich verbirgt sich da keine Überraschung. So, sieht aber gut aus. Jawohl, alles sauber. Das heißt, wir können hier wieder raus. Und mit Luciana Valentine schauen wir hier oben weiter. Und dann bewegen wir noch flink den Louis. Und dann hätten wir es eh schon für die Runde wieder. So, schauen wir hier rein. Natürlich steht da eine blöde Bio-Drohne. Die wird sich wahrscheinlich auch nicht bewegen. Das heißt, wir haben wieder das alte Problem mit dem Reaktionsfeuer. Das ist... Zum Brechreizen. Louis. Gut, sehr gut. Noch eine Granate. Dann haben wir schon mal zwei. Hier dürfte auch noch eine liegen. Und die Sonarkanone wird dann unser guter Louis auch gleich mal mitnehmen im nächsten Zug. So, dann... Igor haben wir schon bewegt. Jawohl, dann gebe ich ab. Truppenführer der Tarsots. In Panik ausgebrochen. Das wird wahrscheinlich unser Freund hier jetzt sein beim Igor. Also, erledigt den. Endlich weckt das Mistvieh. Okay. Dann schauen wir hier mal weiter. Oh, da steht gleich der Nächste um Himmels Willen. Und Dark brauchst du gar nicht reinballern, weil da auch wieder ein Spontanschuss zurückkommt. Da werden wir eventuell unsere Granaten einsetzen. Also warten wir noch auf den Louis, der hoffentlich nicht übernommen wird. Plexi macht die Aufrichtung Sonarkanone. Okay. Team FAO. Er hat wieder ein bisschen Energie. Das heißt, wir können einen kleinen Schritt voran mit ihm. Hier bleiben wir mal stehen. LST raus und zieht sich hier noch um. Gut. Die Räume sind sauber. Alles klar. Luciana Valentine. Schau mal hier rein. Und da ist das Nächste. Oh, Mann, nein. Und auch das wird sich wahrscheinlich keinen Millimeter bewegen. Also jetzt haben wir wirklich wieder... Ja, das Ding bewegt sich überhaupt nicht. Haben wir mal wieder so ordentlich in die Chabaleia gegriffen. So. Naja, da können wir jetzt nichts machen. Da warten wir jetzt eventuell erstmal auf den Louis. Vielleicht können wir da mit Granaten was richten auch. Stichwort Louis. Den bringen wir jetzt mal zu uns. Wo steht denn der Freund? Dem müssen wir erstmal noch eine Knarre geben. Und dann läuft er gen Norden. So, gleich nochmal. Auch wenn ihm die Puste da ausgeht, aber... Dann müssen wir jetzt so schnell wie möglich hier hochbringen. Und ich glaube, das geht auch ganz fix. Hier ist ja schon die Leiter. Ansonsten... Plexi erkundet hier noch ein bisschen... Den Rest macht der Team hier. Auch die Container und so. Und das heißt, Plexi wird hier noch ein bisschen rumwatscheln. Hier liegt ein Tod, aber das ist nicht so gut. So, mit Igor von Langen habe ich einen Plan. Der auch den Louis mit einbezieht. Gut, er steht immer noch hier. Also das heißt, ich gehe mit dem Team vielleicht trotzdem erst nochmal hier rüber und check die Container ab. Das heißt, den roten Container hier müssen wir auch noch checken. Da ist zwar ein Loch im Boden, aber es heißt ja nicht, dass da kein Alien drin sein kann. So, noch nix. Igor, Luciana. Gut, mit dem könnten wir höchstens mal da unten reingucken. Die Aliens bewegen sich ja nicht. Gut. Hier ist sauber. Ansonsten dürfte das Stockwerk auch okay sein. Das heißt, LSD kommt mal hier mit. Steht einfach mal Schmiere hier. Gut. Ach ja, mit dem Plexi können wir eventuell was von unten hier richten, haben wir ja gesagt. Gut, jetzt werden wir mit ihm noch schnell den Rest hier durchsuchen. Tarsot, Soldat in Panik. Eventuell war das der Soldat da oben drin. Es wäre schön, wenn er seine Waffen hätte fallen lassen. Ja, ich sehe eine Waffe auf dem Boden. Das heißt, der Igor kann hier mal... reinhalten. Sehr schön. Lad mal nach, Igor. Und hier liegt noch eine Sonarkanone. Das heißt, wir können eventuell Luciana Valentine auch damit ausstatten. So, dann kann Igor das hier jetzt noch erkunden. Und mit dem Plexi gehe ich dann wirklich mal Richtung Stufe. Er sieht das Vieh hier nicht von unten. Oh nein, jetzt hat er nicht genug Energie. Ich gebe gleich mal ab, um zu sehen, ob was passiert. Ne, gut. Sehr gut. Das heißt, die Bio-Drohne hat uns auch nicht gesehen. Ich habe jetzt schon wieder das Schlimmste befürchtet. Manchmal bin ich echt viel zu leichtsinnig. Team, schau mal hier rein. Ist sauber. Okay, dann wart es da hier. Plexi, geh nochmal raus. So, Luciana. Ah, hier ist noch ein Container. Das heißt, den müssen wir auch untersuchen. Das wird Luciana Valentine auch machen. LST, guck mal, ob das Vieh da noch steht. Jawohl. Oh Mann. So, Igor. Guck jetzt mal weiter hier. Sauber. Sauber. Zivilist lebt auch noch. Also, das ist immer ein guter Indikator. Also, hier der Floor scheint auch gesichert zu sein. Das heißt, wir haben hier noch diese zwei blöden Dinger. Und eventuell im ersten Stock noch eins. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob da unten... Ja, doch, da unten muss noch so ein Ding sein, weil der Igor wurde ja davon angeschossen. Also, das heißt, wir haben wahrscheinlich noch drei von diesen blöden Biodrohnen. Und das ist ja das größte Übel an der Sache. Wenn es wenigstens Tassards wären, das wäre kein Ding. Aber jetzt kommt gleich unser Granatenmann, der Louis. Und der kann uns hoffentlich behilflich sein. So, okay, gebe ich mal ab. Die Folge wird eventuell ein bisschen langweilig, weil wir uns langsam voranarbeiten. Aber es macht ja nichts. Lieber langsam und sicher. Eventuell kann man ja auch mal zwei Folgen am Tag hochladen, falls eine zu langweilig wird. So, Team FAO. Gut. Mit ihm müssen wir dann halt auch mal gucken, ob wir das Ding da unten sehen, ne? Irgendwann müssen wir da mal ran. Igor von Lang. Auch er könnte eigentlich mal hierher mit zu Plexi. Und jetzt müssen wir da uns irgendwie eine Taktik überlegen. Eventuell machen wir das wirklich mit Granaten. Also hier, das hier müssen wir auf jeden Fall mit Granaten machen. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Luciana. Schau mal hier rein. Alles kaputt in der Kapuze. Okay. Die Dinger haben wir auch noch nicht durchgeguckt, ne? Weil wir nicht rangekommen sind. Gut. Dann. LST bleibt stehen. Ihr zwei bleibt auch stehen. So, jetzt kommt der Louis mal. Zuallererst bräuchte ich den Louis mal ganz oben. Das werden wir jetzt auch machen. Ach, ich habe mit Plexi, habe ich ganz vergessen, die Wumme noch zu holen, ne? Ja, dann holen wir es auch noch nach. Plexi braucht eine Sonarkanone. Denn mit den Sonarblasters gegen die Biodrohnen, das ist ja aussichtslos. Das haben wir jetzt schon mitbekommen. So, den Team lasse ich noch ein bisschen Energie tanken. Der ist nutzlos, wenn er keine drei Schritte laufen kann. So, Luciana. Hier müssen wir halt aufpassen, ne? Wegen der Biodrohne. Das heißt, geht zumindest noch mal hierher. Alles klar. LST macht mal den Check-Up. Keine Bewegung. Zum Glück wird kein Spontanfeuer getriggert bei dem Biodrohnen, wenn man sich bloß bewegt. Okay. Der macht auch keinen Mucks. Ja, da braucht man definitiv den Lui. Gut. Plexi, haben wir gesagt. Der wollte sich das fette Teil da schnappen. Der braucht auch dringend wieder Energie und Lui demnächst natürlich auch bald. Aber erst mal hoch jetzt. Aber erst mal hoch jetzt. So. Gebe ich noch mal ab. Luciana. Wir werden uns mal langsam jetzt vorkämpfen. Mit der Hoffnung, dass nichts passiert. Aber wie gesagt, ewig stehen bleiben können wir ja auch nicht. Aber ich glaube, so ein Winkel, da dürfte nicht mal die Biodrohne treffen. Das wäre lächerlich. So. Wie schaut es aus beim Team? Braucht er noch eine Verschnaufsrunde? Ich glaube fast ja. Ja, dann gönnen wir noch eine Runde. Plexi. An die Sonar-Kanone. In der nächsten Runde. Dürfte er soweit sein. Und da muss er auch erst mal kurz verschnaufen. Und der Lui natürlich jetzt auch bald. Der hat einen Monster-Sprint hinter sich gebracht. So. Den LST. Werde ich schon mal hier reinschicken. Denn wenn wir dann wirklich die Wände hier wegspringen, dann wäre es besser, er steht vor erst mal in Sicherheit. Sonst wird er erschossen. Frage ist, was mache ich jetzt? Gehe ich mit dem Lui hier rein und spreng die Wand hier weg? Oder hier? Ich glaube, hier ist günstiger. Da können wir eventuell sogar beide Wände wegspringen. Okay, ich glaube, so mache ich das auch. So, Lui. Du kannst schon mal so ein Ding in die Hand nehmen. Dafür brauchen wir ja keine Energie. Okay, abgeben. Valentine. Gehen wir mal hier her. Ich hoffe, das war kein Fehler. Auch er braucht jetzt wieder Energie. Unsere ganzen Soldaten brauchen jetzt Trinkmal-Energie. So, du aktivierst das Ding jetzt erst mal und stellst dich hier her. Und jetzt bedienen wir noch den Plexi. Und dann werden wir ein paar Runden aussetzen. Zwölf Schuss. Das Ding hat zehn Schuss. Das reicht. So. Komm zumindest mal hier rein. Jetzt machen wir mal ein paar Runden abgeben. Okay, der Team ist voll. Plexi hat volle Energie. Dann läuft er auch wieder hier mit her. So. Igor von Lang und Plexi. Machen Sie sich mal bereit. Gut. Lui. Wird dann hier werfen und sich dann verpissen. Zum LST mit. Luciana Valentine. Geh mal ein paar Schritte hier her. So. Dann nochmal abgeben. Und nochmal. So, dann haben wir volle Energie und volle Zeitlinheiten. Ich weiß, die Folge, die war nicht spannend, aber strategisch sehr wichtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei XCOM. Bye, bye.